hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge dead by daylight mein name ist michael und wir spielen wieder zwei runden survivor heute mit elodie unterwegs ja gucken wir mal wie es so läuft und welche karte wir kriegen was für killer wir kriegen ob der ok ist und auch die survivor ok sind wir schauen mal und hauptsache wir haben spaß und das werden wir mit sicherheit haben und ja checkt meinen kanal ab gaming michael.com kommentiert und lasst einen daumen hoch da wenn ihr wollt lasst auch ein kostenlosen abo da und ja das würde mich freuen so dann schauen wir mal wo uns die erste karte hinführt ach so ja wir machen ähm quests äh und zwar das siebenjährige dead by daylight ja quests und ähm wir müssen leute sicher vom haken befreien wir müssen glaube ich noch vier stück machen viel haben wir also acht also vier von acht haben wir versuchen die natürlich zu ende zu machen da kann man schön masken gewinnen ja klamotten und sowas und ja so 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 Was soll das? 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 Oh, was? 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 Was soll das? Was soll das? Was? 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 ? Was? Was? ? Was? 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 ? Was? ? Oh, ? Was? ? Was? Was? ? Was? ? Was? ? Was? 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 ? Was? Was? Oh, was? Was? Oh, oh, oh. Das ist nicht normal hier Was ich doch? Buhh 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, ich hab schon einen. Ja, ja. Da kann er auch mal einen anderen retten gehen. Meine Güte, bin ich der Einzige hier oder was? Ist noch wo sind die anderen? Normal, ja. Oh, 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 oh. Das hat er da oben noch nicht gemacht. Move. Ach, verpiss dich, Mann. Ach, verpiss dich, Mann. Das war eine Semi-Runde, finde ich. Obwohl der Pisser getuddelt hat. Und das geht mir schon auf den Sack. Ey! Das ist doch nur ein Krabbeltier, Mensch. Hier, zack, ab in die Ecke, weg damit. Mann. So. Ey, Junge, Junge, Junge. Der Killer war scheiße. Hat getuddelt ohne Ende, hat gekämmt ohne Ende. Kreise stehen nicht am Haken herum. Wie so eine Scheißausfliege. Ja, ist doch wahr. Nee, nee, nee. Du bist jetzt fertig? Ja. Geil. Sexy Masken, ja. Ja. Die zweite kommt erst. Noch ein Tag. Ja, dann können wir mal den Spalt hier weitermachen. Was haben wir denn hier noch, du? Rettet überleben, sich auf dem Haken oder Strecke, oder Strecke einen Schutztreffer ein. Uff, was nehmen wir mal. Die Killer lungern ja ruhig genug am Haken herum und so. Aber so müsste das eigentlich passen. So, dann wollen wir mal... Nee, warte mal. Ich will das... Ich hab da nur noch eine Stufe ein, sonst ist ja doof hier. Leichtgewicht. Erre ich bald, das jetzt einfach. So, auch in die zweite Runde. Uff, uff, in die zweite Runde. Okay. Haa... Hm? na ok viele leute nur mit dem tiramizuka kuchen oder tiramisu ist doch ein pudding so ok ah lamping line Das ist Gottes cool. Eigentlich, ich mag die. Ey, was stehst du hier so rum? Ach, köstlich. Ganz ruhig rumschüppeln, die Rotter ist noch nicht fertig. Da kommt die angestampft. Hinter mir. Ach, die da oben ist auch nicht. Junge. Die sind kackten Noobs, ey. Boah, noch ein Tote. Ach, nehmen wir den da. Ach, der Hut schon an der... Ach so, deswegen so gut wie es frei gegeben. Das ist Kotzi. Hm. Boah, da kommt Kotzi schon. Schön weg. Na ja. Am Arsch der Welt hängt ihm. Keiner geht da hin. Außer ich jetzt. Außer ich jetzt, eventuell. Ey, wieso? Wieso ist Kotzi hier? Toll, das ist nur in der zweiten Phase. Ja. Ey, Kotzi mir nicht an doch. Ich kriege gar nicht. Genau. Ach, was ist denn? Weil wir da sind. Wir haben hier. Ach, du hast hier gewonnen. Das wollte ich vielleicht nicht sehen. Das wollte ich vielleicht nicht. Okay äh, ich bin ein bisschen weg. Na ja, ich bin ein bisschen weg. Ah. Wir haben hier das. Nächste sehe ich, habe ich der Seemunde hängt. Ah, direkt abgehakt, sehr schön. Ah, gefällt mir. Die hat da in meine Richtung gekotzt, aber ich habe mich nicht getroffen. Die hat da in meine Richtung gekotzt, aber ich habe mich nicht getroffen. Das ist meine Person. Das ist mein Lieblingsbusch. 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 Ich muss da Zusätze. Ach, Jake. Du bist so ein Horst. Aber schön weggetunnelt, ne? Die eine ist auch tot. Wie sie mal hängen. Ja Leute, das wird wohl nix. Was ist das? Hm? Nein. Auf keinen Fall. Oder eine wird gejagt. Hm. Pfff. Ich hab den da unten gesteckt. Ich hab den da unten gesteckt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ach mann! Ja, der hat diese rote Kotze gehabt. Wo ist er denn jetzt? Dahinten! Ah, nicht dein Ernst, jetzt da hinten, ne? Boah, nee! Tja, das war's für heute! Mit dieser Folge Schiefgelaufen Beide Runden kacke Einmal Kieler kacke, einmal Survivor kacke Aber der hat auch weggetunnelt Der hat den ersten direkt am Anfang weggetunnelt Das ist genau so kacke wie der Spieler in der ersten Runde Äh, das sind wir typisch Kieler, die nichts können und die sowas machen müssen Ja Ja, ja gut Leute Vielleicht hat es euch trotzdem gefallen Dann checkt ihr meinen Kanal mal ab Gaming Michael Bo Ähm, kommentiert Und lasst einen Daumen hoch da Und wenn ihr wollt, lasst auch einen kostenlosen Abo da Oder schaut doch mal auf Twitch vorbei xxmichaelbioxx Auch dort könnt ihr mir gerne folgen Wenn ihr wollt Weil ich bin da fast jeden Tag live Mit Fortnite Und ähm, spiel auch mit Zuschauern Quatscht mich einfach an Dann regeln wir das schon Dann können wir gerne mal zusammenspielen Würde mich freuen Und ja, damit sag ich Wünsche euch einen schönen Tag Bis zum nächsten Mal, euer Michael